Irgendwas so ein Mischmasch suchen, dass wir das dann ursche wegflexen können, das Viech. Sonst wird das nix. Ach, nur aggressiv oder Scheißdreck. Na gut. Wollen wir wieder ein bisschen sammeln. Passt schon. Und schauen wir, dass wir wieder eine gescheite Mission herkriegen. Wieder eine Story. Na moin. Nur für das Dreckshaus. Allein schon. Ja, ich weiss. Bedeutung dieser Szene ist aber das ganze für ein Dreckshaus gekommen, Alter. Scheiß drauf. Nimm dir eine Leiche hinten, Alter. Scheiß auf die Erinnerungen, Alter. Ohne Spaß. Scheiß drauf. Löwe, na moin. Fick dich, Alter. Weg hier. Weg hier. Ich schwör's, wenn du da jetzt stehen bleibst, dann bring dich um Scheißpferd. Ich spiel mich so lange, Alter, bis der Löwe wieder daherkommt. Oder du Pferdl und dann gehst du mehr. Es war überhaupt keine Trommung. Ganz nett. Uuuuuh. Nächliche Nebenmission. Perfekt. Ui. Schau dir gut aus. Schau dir wirklich gut aus. Bis da. Oh, gleich nächst. Perfekt. Ja, 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 da tobt sich's aus hier. Bis da nah ist. Na gleich noch eine. Haben wir gleich 100 Mission hier. Bombe. Nice. Ja, da merkst du, dass du in einer richtigen Hauptstadt mal wieder bist. Bist du nice. Ich muss mit ihm sprechen. So nice. Na los, komm. Sausau nice. Geil. Bombe. Bombe. Einfach nur Bombe, Alter. Hunderttausend Mission hier in der Nähe. Ah, da können wir schon mal das erste Spiel machen, oder was? Ah, gut. Ich komme wegen des Pankrations. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikless. Was? Äh, vertrete ich. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wasser. Wetter. Ich werde seinen Platz einnehmen. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesackt wird. Nun gut. Die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Perfekt. Also los. So, was ist denn überhaupt die Disziplin? Einfach noch kämpfen, oder was? Kämpfen ist ja voll easy. Da, da müssen wir ja... Das ist das einzige, was wir in den Olympischen Spielen kriegen müssen. Dann ist es ja voll easy. weh... Bisschen mehr Titeln könnte es gebrauchen, aber sonst... Bäh! Willkommen! Mit Freude darf ich euch Kallias vorstellen! Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion! Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia. Könnt ihr das schon vor sagen, oder? Wie Herkules oder wie bei God of War. Oh, endlich nirgends. Halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Beide, das ist nicht schlecht. Wie die, wie die im Fitnessstudio, BOOM! Oh, kein Brotztisch hinter dir. Du seid wirklich eine. Oh, wie lieb. Haha, wie süß. Oh! Oh, shit. Oh, shit. Ja, da kriegt aber ordentlich auch einer. In die Nüsse! In die Nüsse! Gumm! Warte! Bitte! Reiß denn das Sackgelausse vor der ganzen Welt, oder? Hat das so lange? Das war gerade erst der Anfang. Hä? Nun, da unsere Herausforderin aufgewärmt ist, dann wollen wir mal sehen, wie sie sich gegen Erastos schlägt. Aufgewärmt! Leck mich am Arsch! Viel Glück! Danke, Digi! Aufgewärmt also, hm? Dann siehst du Sterne! Der wirkt eigentlich genauso schwach wie die anderen. Oh, der war fast draußen! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der war fast draußen! Nice! Und tschüss! BOOM! Schakalaka! Wieder den nächsten fertig gemacht! Wer will? Wer mag? Wer hat noch nicht? Alle kassiert! Kommt alle her! Kommt alle her! Doch du bist doch nicht fertig! Nicht fertig? Ein schönes Opfer für die Götter! Meint ihr nicht auch? Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf! Die mächtige Kassandra! Gegen den amtierenden Meister! Uff! Dorieus! Ah! Uff! War man fertig, Alter! War man fertig! Aber wie ist denn alle im Bildschirm? Au! Hat sie wieder fertig gemacht! Bald könnte ich der Gefährte einer Olympiasiegerin sein! Du bist in besserer Verfassung, als ich es bin! Hm! Hm! Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre! Alkibialis! Geht es dir gut? WTF? Ich war aus mit Demopharnis und Kalias, den bekannten olympischen Kampfrichtern! Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia! Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideion! Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden! Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein! Niemals! Es sind gute Männer! Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern! Bleib bei ihm! Ich geh der Sache auf den Grund! Geil! Interessant! Reiche mir den olympischen Zweig! Und ich nehme den ganzen Wald! Achso ist das! Achso! Bruder! Da haben wir ja die nächsten auf der Liste, Alter! Bist du narrisch? Na, let's go! Den Kultisten machen wir fertig! Oder sollten wir nicht lieber warten? Ich weiß ja gar nicht!